Dialog 1 Dialog 1 Dialog 2 Dialog 1 Dialog 1 der gitarre da gibt es eine offene bühne wirklich das ist eine gute idee dialog 2 hallo ich bin julia weiß ich glaube ich habe sie letzte woche zum ersten mal hier gesehen sind sie neu zugezogen ja ich bin mit meinem mann und den kindern vor vier wochen in haus nummer 35 gezogen ich heiße hendt fatala ach wie schön haben sie sich schon etwas eingelebt naja die wohnung ist noch etwas chaotisch wir hatten noch keine zeit alles auszupacken aber die nachbarschaft gefällt mir gut die leute im haus sind sehr nett ja ich denke dass wir hier in der straße ganz allgemein eine gute nachbarschaft haben die leute kennen sich und sie helfen sich gegenseitig ich finde auch gut dass es musik gibt und dass die leute tanzen ja ich auch im letzten jahr hatten wir keine musik ich bedauere sehr dass ich kein instrument spiele ich spiele ganz gut gitarre vielleicht kann ich ja nächstes jahr auf dem nachbarschaftsfest auch etwas spielen warum spielen sie nicht morgen nachmittag ein stück auf der gitarre da gibt es eine offene bühne oh wirklich das ist eine gute idee dialog 3 hallo du kommst gerade aus dem urlaub zurück und machst schon kaffeepause ja fünf minuten pause müssen sein nach drei wochen urlaub bin ich schon wieder voll im stress erzähl mal wie war es denn wunderbar wir hatten so ein glück mit dem wetter was habt ihr gemacht wir waren jeden tag am strand und haben im meer gebadet urlaub an der nordsee ist wirklich schön leider war ich noch nie am meer du musst da unbedingt mal urlaub machen das lohnt sich dialog 3 hallo du kommst gerade aus dem urlaub zurück und machst schon kaffeepause ja fünf minuten pause müssen sein nach drei wochen urlaub bin ich schon wieder voll im stress erzähl mal wie war es denn wunderbar wir hatten so ein glück mit dem wetter was habt ihr gemacht wir waren jeden tag am strand und haben im meer gebadet urlaub an der nordsee ist wirklich schön leider war ich noch nie am meer du musst da unbedingt mal urlaub machen das lohnt sich dialog 4 ist hier noch frei ja bitte nehmen sie platz vielen dank sind sie neu in der firma ich habe sie hier noch nie gesehen ja ich arbeite erst seit fünf tagen hier in welcher abteilung sind sie ich arbeite im lager gefällt ihnen die arbeit ja sehr gut auch die kollegen sind sehr nett sie helfen mir immer wenn ich fragen habe ja wir haben hier in der firma wirklich ein gutes arbeitsklima dialog 4 ist hier noch frei ja bitte nehmen sie platz vielen dank sind sie neu in der firma ich habe sie hier noch nie gesehen ja ich arbeite erst seit fünf tagen hier in welcher abteilung sind sie ich arbeite im lager gefällt ihnen die arbeit ja sehr gut auch die kollegen sind sehr nett sie helfen mir immer wenn ich fragen habe ja wir haben hier in der firma wirklich ein gutes arbeitsklima dialog 5 frau marx sie sind kellnerin von beruf haben sie eine ausbildung gemacht ja ich habe meinen beruf drei jahre lang in einem vier sterne hotel gelernt offiziell heißt der beruf restaurantfachfrau was haben sie in der ausbildung gelernt ein wichtiger punkt war natürlich höflichkeit wir haben gelernt wie man mit den gästen spricht und was das personal tun muss damit sich die gäste wohl fühlen in der berufsschule hatte ich unter anderem englisch unterricht aber auch unterricht in mathematik und buchhaltung es ist wichtig dass ich in meinem beruf fremdsprachenkenntnisse habe denn die gäste sind international außer englisch spreche ich auch etwas spanisch wie sieht ein typischer arbeitstag bei ihnen aus ich arbeite in einem drei sterne restaurant das sehr gutes essen hat alle kellner und kellnerinnen haben eine ausbildung wenn die arbeit beginnt muss ich zuerst die tische vorbereiten also geschirr und besteck verteilen und die tische zum beispiel mit kerzen und blumen dekorieren das kann ich besonders gut meine kollegen und kolleginnen finden dass ich einen ausgezeichneten geschmack habe und meine dekorationen immer besonders schön sind wann öffnet das restaurant um 18 uhr wenn die gäste kommen nehme ich die bestellungen auf und berate sie ich muss die speisekarte genau kennen und wissen wie die köche das essen zubereiten damit ich die gäste gut informieren kann deshalb ist es wichtig dass ich immer kontakt zum chefkoch habe wie sind ihre arbeitszeiten ich habe eine fünf tage woche aber das restaurant hat auch samstag und sonntag geöffnet und ich muss oft am wochenende arbeiten ich arbeite meistens am abend von 17 uhr bis ein uhr nachts am montag hat das restaurant immer geschlossen und deshalb habe ich montags immer frei wenn ich am wochenende gearbeitet habe das passiert ungefähr alle zwei wochen habe ich noch einen weiteren wochentag frei sind sie mit ihrem gehalt zufrieden ich finde ich verdiene nicht genug mit trinkgeld zusammen sind es ungefähr 2000 euro obwohl ich auch abends und am wochenende arbeiten muss deshalb mache ich jetzt eine fortbildung damit ich später als restaurantmanagerin arbeiten kann dialog 5 frau max sie sind kellnerin von beruf haben sie eine ausbildung gemacht ja ich habe meinen beruf drei jahre lang in einem vier sterne hotel gelernt offiziell heißt der beruf restaurantfachfrau was haben sie in der ausbildung gelernt ein wichtiger punkt war natürlich höflichkeit wir haben gelernt wie man mit den gästen spricht und was das personal tun muss damit sich die gäste wohl fühlen in der berufsschule hatte ich unter anderem englisch unterricht aber auch unterricht in mathematik und buchhaltung es ist wichtig dass ich in meinem beruf fremdsprachenkenntnisse habe denn die gäste sind international außer englisch spreche ich auch etwas spanisch wie sieht ein typischer arbeitstag bei ihnen aus ich arbeite in einem drei-sterne-restaurant das sehr gutes essen hat alle kellner und kellnerinnen haben eine ausbildung wenn die arbeit beginnt muss ich zuerst die tische vorbereiten also geschirr und besteck verteilen und die tische zum beispiel mit kerzen und blumen dekorieren das kann ich besonders gut meine kollegen und kolleginnen finden dass ich einen ausgezeichneten geschmack habe und meine dekorationen immer besonders schön sind wann öffnet das restaurant um 18 uhr wenn die gäste kommen nehme ich die bestellungen auf und berate sie ich muss die speisekarte genau kennen und wissen wie die köche das essen zubereiten damit ich die gäste gut informieren kann deshalb ist es wichtig dass ich immer kontakt zum chefkoch habe wie sind ihre arbeitszeiten ich habe eine fünf tage woche aber das restaurant hat auch samstag und sonntag geöffnet und ich muss oft am wochenende arbeiten ich arbeite meistens am abend von 17 uhr bis 1 uhr nachts am montag hat das restaurant immer geschlossen und deshalb habe ich montags immer frei wenn ich am wochenende gearbeitet habe das passiert ungefähr alle zwei wochen habe ich noch einen weiteren wochentag frei sind sie mit ihrem gehalt zufrieden ich finde ich verdiene nicht genug mit trinkgeld zusammen sind es ungefähr 2000 euro obwohl ich auch abends und am wochenende arbeiten muss deshalb mache ich jetzt eine fortbildung damit ich später als restaurant managerin arbeiten kann dialog 6 sag mal valentin welchen schulabschluss hast du eigentlich ich bin zehn jahre zur schule gegangen und ich habe den real schulabschluss was hast du danach gemacht zuerst wusste ich nicht genau was ich machen möchte und hatte ungefähr ein jahr lang verschiedene jobs dann habe ich eine ausbildung zum maurer angefangen an wie lange hat die ausbildung gedauert drei jahre ich war zum teil in der berufsschule und zum teil auf baustellen die ausbildung habe ich in einer großen baufirma gemacht bei der ich jetzt auch weiter arbeite vor zwei monaten habe ich meinen gesellenbrief bekommen dialog 6 sag mal valentin welchen schulabschluss hast du eigentlich ich bin zehn jahre zur schule gegangen und ich habe den real schulabschluss was hast du danach gemacht zuerst wusste ich nicht genau was ich machen möchte und hatte ungefähr ein jahr lang verschiedene jobs dann habe ich eine ausbildung zum maurer angefangen an wie lange hat die ausbildung gedauert drei jahre ich war zum teil in der berufsschule und zum teil auf baustellen die ausbildung habe ich in einer großen baufirma gemacht bei der ich jetzt auch weiter arbeite vor zwei monaten habe ich meinen gesellenbrief bekommen dialog 7 machmut was hast du früher eigentlich beruflich gemacht im irak war ich in der baubranche ich war bauingenieur den beruf habe ich dort gelernt wie war die arbeitssuche in deutschland für dich schwierig mit meiner ausbildung aus dem irak konnte ich in deutschland keine stelle als bauingenieur finden aber ich wollte nicht noch einmal von vorne anfangen und einer uni studieren ich habe mich also gefragt was will ich was kann ich tun was machst du heute beruflich heute bin ich bauarbeiter und arbeite im straßenbau nach meinem deutschkurs wollte ich schnell arbeiten und geld verdienen und im straßenbau waren viele stellen frei was sind deine pläne für die zukunft bleibst du beim straßenbau ja aber ich möchte in dem beruf weiter kommen im herbst beginne ich eine weiterbildung zum straßenbauer dialog 7 machmut was hast du früher eigentlich beruflich gemacht im irak war ich in der baubranche ich war bauingenieur den beruf habe ich dort gelernt wie war die arbeitssuche in deutschland für dich schwierig mit meiner ausbildung aus dem irak konnte ich in deutschland keine stelle als bauingenieur finden aber ich wollte nicht noch einmal von vorne anfangen und einer uni studieren ich habe mich also gefragt was will ich was kann ich tun was machst du heute beruflich heute bin ich bauarbeiter und arbeite im straßenbau nach meinem deutschkurs wollte ich schnell arbeiten und geld verdienen und im straßenbau waren viele stellen frei was sind deine pläne für die zukunft bleibst du beim straßenbau ja aber ich möchte in dem beruf weiter kommen im herbst beginne ich eine weiterbildung zum straßenbauer dialog 8 frau soli ich habe noch ein paar fragen zu ihrem berufsweg was machen sie momentan beruflich in deutschland ich bin krankenschwester ich arbeite in teilzeit in einem krankenhaus haben sie diesen beruf schon in bosnien gelernt ja aber meine ausbildung war hier zunächst nicht anerkannt ich habe deshalb mehrere deutschkurse und dann noch einen pflegekurs gemacht erst danach habe ich die anerkennung für meine ausbildung bekommen und dann habe ich auch schnell eine stelle im krankenhaus gefunden welche pläne haben sie für ihre berufliche zukunft ich habe im moment noch keinen plan erst einmal bin ich zufrieden dass ich wieder in meinem beruf arbeiten kann dialog 8 frau soli ich habe noch ein paar fragen zu ihrem berufsweg was machen sie momentan beruflich in deutschland ich bin krankenschwester ich arbeite in teilzeit in einem krankenhaus haben sie diesen beruf schon in bosnien gelernt ja aber meine ausbildung war hier zunächst nicht anerkannt ich habe deshalb mehrere deutschkurse und dann noch einen pflegekurs gemacht erst danach habe ich die anerkennung für meine ausbildung bekommen und dann habe ich auch schnell eine stelle im krankenhaus gefunden welche pläne haben sie für ihre berufliche zukunft ich habe im moment noch keinen plan erst einmal bin ich zufrieden dass ich wieder in meinem beruf arbeiten kann dialog 9 welche arbeit haben sie zurzeit herr merzer ich arbeite als einzelhandels kaufmann in einem großen fahrradladen haben sie eine ausbildung gemacht ja nach der schule habe ich zunächst einen ausbildungsplatz zum automechaniker gefunden und habe dann bei der firma gearbeitet die firma ist aber pleite gegangen und ich habe meinen job verloren haben sie dann sofort wieder einen job bekommen nein ich hatte fast ein jahr lang nur gelegenheitsjobs weil ich keine stelle als automechaniker mehr finden konnte habe ich dann eine ausbildung zum einzelhandels kaufmann gemacht und danach habe ich die stelle in dem fahrradladen gefunden weil ich auch etwas von fahrradtechnik verstehe und wie sehen ihre beruflichen pläne aus ich möchte gern ein eigenes geschäft eröffnen dafür würde ich gerne etwas über existenzgründung und selbstständigkeit lernen ich fange bald bei der industrie und handelskammer einen existenzgründer kurs an dialog 1 hallo ernesto guten morgen wie war dein wochenende hallo muhammad nicht schlecht ich hatte besuch von freunden aus stuttgart was hast du gemacht ich habe meiner schwester und ihrem mann beim umzug geholfen dann war dein wochenende also nicht so erholsam gibst du mir mal bitte meine arbeitsschuhe runter hier bitte ja stimmt es war ziemlich anstrengend naja vielleicht kannst du dich ein bisschen bei der arbeit erholen diese woche gibt es nicht so viel zu tun wie letzte woche das wäre gut dann bin ich vielleicht fit genug damit ich nächste woche meine küche streichen kann dialog 1 hallo ernesto guten morgen wie war dein wochenende hallo muhammad nicht schlecht ich hatte besuch von freunden aus stuttgart was hast du gemacht ich habe meiner schwester und ihrem mann beim umzug geholfen dann war dein wochenende also nicht so erholsam gibst du mir mal bitte meine arbeitsschuhe runter hier bitte ja stimmt es war ziemlich anstrengend naja vielleicht kannst du dich ein bisschen bei der arbeit erholen diese woche gibt es nicht so viel zu tun wie letzte woche das wäre gut dann bin ich vielleicht fit genug damit ich nächste woche meine küche streichen kann dialog 2 hallo ich bin julia weiß ich glaube ich habe sie letzte woche zum ersten mal hier gesehen sind sie neu zugezogen ja ich bin mit meinem mann und den kindern vor vier wochen in haus nummer 35 gezogen ich heiße hand fatala ach wie schön haben sie sich schon etwas eingelebt naja die wohnung ist noch etwas chaotisch wir hatten noch keine zeit alles auszupacken aber die nachbarschaft gefällt mir gut die leute im haus sind sehr nett ja ich denke dass wir hier in der straße ganz allgemein eine gute nachbarschaft haben die leute kennen sich und sie helfen sich gegenseitig ich finde auch gut dass es musik gibt und dass die leute tanzen ja ich auch im letzten jahr hatten wir keine musik ich bedauere sehr dass ich kein instrument spiele ich spiele ganz gut gitarre vielleicht kann ich ja nächstes jahr auf dem nachbarschaftsfest auch etwas spielen warum spielen sie nicht morgen nachmittag ein stück auf der gitarre da gibt es eine offene bühne oh wirklich das ist eine gute idee dialog 2 dialog 2 hallo ich bin julia weiß ich glaube ich habe sie letzte woche zum ersten mal hier gesehen sind sie neu zugezogen ja ich bin mit meinem mann und den kindern vor vier wochen in haus nummer 35 gezogen ich heiße hendt fatala ach wie schön haben sie sich schon etwas eingelebt naja die wohnung ist noch etwas chaotisch wir hatten noch keine zeit alles auszupacken aber die nachbarschaft gefällt mir gut die leute im haus sind sehr nett ja ich denke dass wir hier in der straße ganz allgemein eine gute nachbarschaft haben die leute kennen sich und sie helfen sich gegenseitig ich finde auch gut dass es musik gibt und dass die leute tanzen ja ich auch im letzten jahr hatten wir keine musik ich bedauere sehr dass ich kein instrument spiele ich spiele ganz gut gitarre vielleicht kann ich ja nächstes jahr auf dem nachbarschaftsfest auch etwas spielen warum spielen sie nicht morgen nachmittag ein stück auf der gitarre da gibt es eine offene bühne oh wirklich das ist eine gute idee dialog 3 hallo du kommst gerade aus dem urlaub zurück und machst schon kaffeepause ja fünf minuten pause müssen sein nach drei wochen urlaub bin ich schon wieder voll im stress erzähl mal wie war es denn wunderbar wir hatten so ein glück mit dem wetter was habt ihr gemacht wir waren jeden tag am strand und haben im meer gebadet urlaub an der nordsee ist wirklich schön leider war ich noch nie am meer du musst da unbedingt mal urlaub machen das lohnt sich dialog 3 hallo du kommst gerade aus dem urlaub zurück und machst schon kaffeepause ja fünf minuten pause müssen sein nach drei wochen urlaub bin ich schon wieder voll im stress erzähl mal wie war es denn wunderbar wir hatten so ein glück mit dem wetter was habt ihr gemacht wir waren jeden tag am strand und haben im meer gebadet urlaub an der nordsee ist wirklich schön leider war ich noch nie am meer du musst da unbedingt mal urlaub machen das lohnt sich dialog 4 ist hier noch frei ja bitte nehmen sie platz vielen dank sind sie neu in der firma ich habe sie hier noch nie gesehen ja ich arbeite erst seit fünf tagen hier in welcher abteilung sind sie ich arbeite im lager gefällt ihnen die arbeit ja sehr gut auch die kollegen sind sehr nett sie helfen mir immer wenn ich fragen habe ja wir haben hier in der firma wirklich ein gutes arbeitsklima ist hier noch frei ja bitte nehmen sie platz vielen dank sind sie neu in der firma ich habe sie hier noch nie gesehen ja ich arbeite erst seit fünf tagen hier in welcher abteilung sind sie ich arbeite im lager gefällt ihnen die arbeit ja sehr gut auch die kollegen sind sehr nett sie helfen mir immer wenn ich fragen habe ja wir haben hier in der firma wirklich ein gutes arbeitsklima dialog 5 frau marx sie sind kellnerin von beruf haben sie eine ausbildung gemacht ja ich habe meinen beruf drei jahre lang in einem vier sterne hotel gelernt offiziell heißt der beruf restaurant fachfrau was haben sie in der ausbildung gelernt ein wichtiger punkt war natürlich höflichkeit wir haben gelernt wie man mit den gästen spricht und was das personal tun muss damit sich die gäste wohl fühlen in der berufsschule hatte ich unter anderem englisch unterricht aber auch unterricht in mathematik und buchhaltung es ist wichtig dass ich in meinem beruf fremdsprachen kenntnisse habe denn die gäste sind international außer englisch spreche ich auch etwas spanisch wie sieht ein typischer arbeitstag bei ihnen aus ich arbeite in einem drei sterne restaurant das sehr gutes essen hat alle kellner und kellnerinnen haben eine ausbildung wenn die arbeit beginnt muss ich zuerst die tische vorbereiten also geschirr und besteck verteilen und die tische zum beispiel mit kerzen und blumen dekorieren das kann ich besonders gut meine kollegen und kolleginnen finden dass ich einen ausgezeichneten geschmack habe und meine dekorationen immer besonders schön sind wann öffnet das restaurant um 18 uhr wenn die gäste kommen nehme ich die bestellungen auf und berate sie ich muss die speisekarte genau kennen und wissen wie die köche das essen zubereiten damit ich die gäste gut informieren kann deshalb ist es wichtig dass ich immer kontakt zum chefkoch habe wie sind ihre arbeitszeiten ich habe eine fünf tage woche aber das restaurant hat auch samstag und sonntag geöffnet und ich muss oft am wochenende arbeiten ich arbeite meistens am abend von 17 uhr bis 1 uhr nachts am montag hat das restaurant immer geschlossen und deshalb habe ich montags immer frei wenn ich am wochenende gearbeitet habe das passiert ungefähr alle zwei wochen habe ich noch einen weiteren wochentag frei sind sie mit ihrem gehalt zufrieden ich finde ich verdiene nicht genug mit trinkgeld zusammen sind es ungefähr 2000 euro obwohl ich auch abends und am wochenende arbeiten muss deshalb mache ich jetzt eine fortbildung damit ich später als restaurant managerin arbeiten kann dialog 5 dialog 5 das ist wichtig damit sich die gäste wohl fühlen in der berufsschule hatte ich unter anderem englisch unterricht aber auch unterricht in mathematik und buchhaltung es ist wichtig dass ich in meinem beruf fremdsprachen kenntnisse habe denn die gäste sind international außer englisch spreche ich auch etwas spanisch wie sieht ein typischer arbeitstag bei ihnen aus ich arbeite in einem drei sterne restaurant das sehr gutes essen hat alle kellner und kellnerinnen haben eine ausbildung wenn die arbeit beginnt muss ich zuerst die tische vorbereiten also geschirr und besteck verteilen und die tische zum beispiel mit kerzen und blumen dekorieren das kann ich besonders gut meine kollegen und kolleginnen finden dass ich einen ausgezeichneten geschmack habe und meine dekorationen immer besonders schön sind wann öffnet das restaurant um 18 uhr wenn die gäste kommen nehme ich die bestellungen auf und berate sie ich muss die speisekarte genau kennen und wissen wie die köche das essen zubereiten damit ich die gäste gut informieren kann deshalb ist es wichtig dass ich immer kontakt zum chefkoch habe wie sind ihre arbeitszeiten ich habe eine fünf tage woche aber das restaurant hat auch samstag und sonntag geöffnet und ich muss oft am wochenende arbeiten ich arbeite meistens am abend von 17 uhr bis 1 uhr nachts am montag hat das restaurant immer geschlossen und deshalb habe ich montags immer frei wenn ich am wochenende gearbeitet habe das passiert ungefähr alle zwei wochen habe ich noch einen weiteren wochentag frei sind sie mit ihrem gehalt zufrieden ich finde ich verdiene nicht genug mit trinkgeld zusammen sind es ungefähr 2000 euro obwohl ich auch abends und am wochenende arbeiten muss deshalb mache ich jetzt eine fortbildung damit ich später als restaurant managerin arbeiten kann dialog 6 sag mal valentin welchen schulabschluss hast du eigentlich ich bin zehn jahre zur schule gegangen und ich habe den realschulabschluss was hast du danach gemacht zuerst wusste ich nicht genau was ich machen möchte und hatte ungefähr ein jahr lang verschiedene jobs dann habe ich eine ausbildung zum maurer angefangen wie lange hat die ausbildung gedauert drei jahre ich war zum teil in der berufsschule und zum teil auf baustellen die ausbildung habe ich in einer großen baufirma gemacht bei der ich jetzt auch weiter arbeite vor zwei monaten habe ich meinen gesellenbrief bekommen dialog 6 sag mal valentin welchen schulabschluss hast du eigentlich ich bin zehn jahre zur schule gegangen und ich habe den realschulabschluss was hast du danach gemacht zuerst wusste ich nicht genau was ich machen möchte und hatte ungefähr ein jahr lang verschiedene jobs dann habe ich eine ausbildung zum maurer angefangen wie lange hat die ausbildung gedauert drei jahre ich war zum teil in der berufsschule und zum teil auf baustellen die ausbildung habe ich in einer großen baufirma gemacht bei der ich jetzt auch weiter arbeite vor zwei monaten habe ich meinen gesellenbrief bekommen dialog 7 machmut was hast du früher eigentlich beruflich gemacht im irak war ich in der baubranche ich war bauingenieur den beruf habe ich dort gelernt wie war die arbeitssuche in deutschland für dich schwierig mit meiner ausbildung aus dem irak konnte ich in deutschland keine stelle als bauingenieur finden aber ich wollte nicht noch einmal von vorne anfangen und einer uni studieren ich habe mich also gefragt was will ich was kann ich tun was machst du heute beruflich heute bin ich bauarbeiter und arbeite im straßenbau nach meinem deutschkurs wollte ich schnell arbeiten und geld verdienen und im straßenbau waren viele stellen frei was sind deine pläne für die zukunft bleibst du beim straßenbau ja aber ich möchte in dem beruf weiter kommen im herbst beginne ich eine weiterbildung zum straßenbauer dialog 7 machmut was hast du früher eigentlich beruflich gemacht im irak war ich in der baubranche ich war bauingenieur den beruf habe ich dort gelernt wie war die arbeitssuche in deutschland für dich schwierig mit meiner ausbildung aus dem irak konnte ich in deutschland keine stelle als bauingenieur finden aber ich wollte nicht noch einmal von vorne anfangen und einer uni studieren ich habe mich also gefragt was will ich was kann ich tun was machst du heute beruflich heute bin ich bauarbeiter und arbeite im straßenbau nach meinem deutschkurs wollte ich schnell arbeiten und geld verdienen und im straßenbau waren viele stellen frei was sind deine pläne für die zukunft bleibst du beim straßenbau ja aber ich möchte in dem beruf weiter kommen im herbst beginne ich eine weiterbildung zum straßenbauer dialog 8 frau soli ich habe noch ein paar fragen zu ihrem berufsweg was machen sie momentan beruflich in deutschland ich bin krankenschwester ich arbeite in teilzeit in einem krankenhaus haben sie diesen beruf schon in bosnien gelernt ja aber meine ausbildung war hier zunächst nicht anerkannt ich habe deshalb mehrere deutschkurse und dann noch einen pflegekurs gemacht erst danach habe ich die anerkennung für meine ausbildung bekommen und dann habe ich auch schnell eine stelle im krankenhaus gefunden welche pläne haben sie für ihre berufliche zukunft ich habe im moment noch keinen plan erst einmal bin ich zufrieden dass ich wieder in meinem beruf arbeiten kann dialog 8 frau soli ich habe noch ein paar fragen zu ihrem berufsweg was machen sie momentan beruflich in deutschland ich bin krankenschwester ich arbeite in teilzeit in einem krankenhaus haben sie diesen beruf schon in bosnien gelernt ja aber meine ausbildung war hier zunächst nicht anerkannt ich habe deshalb mehrere deutschkurse und dann noch einen pflegekurs gemacht erst danach habe ich die anerkennung für meine ausbildung bekommen und dann habe ich auch schnell eine stelle im krankenhaus gefunden welche pläne haben sie für ihre berufliche zukunft ich habe im moment noch keinen plan erst einmal bin ich zufrieden dass ich wieder in meinem beruf arbeiten kann dialog 9 welche arbeit haben sie zurzeit herr merzer ich arbeite als einzelhandelskaufmann in einem großen fahrradladen haben sie eine ausbildung gemacht ja nach der schule habe ich zunächst einen ausbildungsplatz zum automechaniker gefunden und habe dann bei der firma gearbeitet die firma ist aber pleite gegangen und ich habe meinen job verloren haben sie dann sofort wieder einen job bekommen nein ich hatte fast ein jahr lang nur gelegenheitsjobs weil ich keine stelle als automechaniker mehr finden konnte habe ich dann eine ausbildung zum einzelhandelskaufmann gemacht und danach habe ich die stelle in dem fahrradladen gefunden weil ich auch etwas von fahrradtechnik verstehe und wie sehen ihre beruflichen pläne aus ich möchte gern ein eigenes geschäft eröffnen dafür würde ich gerne etwas über existenzgründung und selbstständigkeit lernen ich fange bald bei der industrie und handelskammer einen existenzgründerkurs an schluss schluss Vielen Dank.